So, servus Leute, ich bin's, euer Prägeran RB, ja, dass sich das Jahr schon langsam jetzt den Ende zuneigt, wollt euch auch einen guten Rutsch ins Jahr 2015 wünschen, kommt gut drüber, lasst es richtig krachen und vielleicht zieht man sich mal nächstes Jahr in Gang. Haut rein Leute! Krass, du bist du?